Dieser Ford Grand C-Max ist hier zum Verkauf angeboten. Der schwarze Van ist fünftürig, bietet Platz für sieben Personen und hat einen großen Stauraum. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei weniger als 20.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2014. Der Van bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Isofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter, Dachrailing, und vieles mehr. Der sparsame Diesel überträgt eine Leistung von 140 PS auf ein Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 20.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Beide. 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 Vielen Dank.